Wenn die IG Modellbau Spiegelwald zu ihrer schon traditionellen Ausstellung nach Bernsbach in die Mehrzweckhalle einlädt, dann ist das keine statische Veranstaltung. Beweisgefällig? Die Winterzeit ist Bastelzeit. Für die Modellbauer am Spiegelwald erst recht. Zur Ausstellung im März sind die Ergebnisse der Bastelarbeit dann hautnah zu erleben. Mini-Flugzeuge, Helikopter, Quattrocopter oder echte Modellturbinen. Autos, Laster oder Schiffe, das und noch vieles mehr wurde vorgeführt. Der größte Lohn für die Modellbauer war der Zuspruch zahlreicher Ausstellungsbesucher.